Mahlzeit ihr Mäuschler, ihr Kriegsverbrecher wollt ihr sagen, Knochen wieder hier. Spiel heute mal Shooter-Game, wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade ein Spiel gespielt, das sieht einfach Shooter-Game. Soldier Warfare, halt glaube ich ein Ein-Mann-Projekt. Bin mir nicht ganz sicher. Narco-War. Sound-Effekte schon mal unter aller Sau. Also von der Grafik her, so wie ich das gesehen habe, so ist, ja, Call of Duty, Counter-Strike, Alten-Stil, so 2000, 2002 rum, wäre jetzt nicht so schlimm. Man kann ja auch mal alte Spiele spielen, ne, oder Spiele hier halt nicht so geil aussehen. Ladezeiten, hm, äh, relativ lang. Für, für was eigentlich? Okay, ähm. Okay, solltet ihr mich vorbereiten für den Angriff hier in der Stadt? Ja, was kann ich machen, was kann ich machen? Außer erst mal dumm rumlaufen. Ich bräuchte eine Waffe oder sowas. Okay, Tutorial brauchst du bei so einem Spiel wahrscheinlich nicht hier. Oh Gott, diese Grafik! Jo! Okay, äh, mach dich bereit, wir hauen gleich ab hier. Kann ich in die Karre rein? Alter, keine Musik, kein gar nix. Use, enter. Tür geht auf. Keiner da? Ich greife mir alles, was ich brauche. Ich habe eine Waffe. Ich kann diesen Block nicht irgendwo... Wieso steht die da einfach in der... Ich dachte gerade, die will mich angreifen. Ist doch eine Sieh, oder? Boah, ist das spannend! Man hat hier richtig, äh, Musik. Die er noch hypt. Hier kann ich die Tür aufmachen. Okay, was haben wir hier? Einen Schießstand, okay. Okay, linke Maus hast du nicht gedrückt halten. Okay, Eintreffer. Hier passiert nix. Ich dachte, ich krieg einen Indikator irgendwie. Wie, du hast das gemacht, du hast getroffen, du hast... Fuck, was los? Da ist ein Zeichen drauf, dass es brennbar ist, aber nichts brennt. Warum leuchtet das so beknackt hier? Ich glaube, das Leuchten ist nur zufällig. Ich kann auch nicht rüber hier. Ich kann gar nicht springen. Oh. Okay, also wir haben hier kein Blut oder so. Was ist das? Ich habe doch Equipment gesammelt. Müssten wir denn jetzt nicht einfach loslegen? Die nervt mich, die nervt mich, warum läuft die mir hinterher? Ja, muss ich jetzt wieder raus oder was? Ähm. Irgendwas stimmt mit der Frau nicht, aber mit dem Typen auch nicht. Okay, gut. Jetzt habe ich alles, wir können los. Let's rock. Wie starte ich denn hier irgendwas, damit das mal losgeht? Ich höre auch nur so ein komisches Rauschen im Hintergrund, das wohl so Atmosphäre darstellen. Es ist übrigens unheimlich schlecht bewertet bei Steam. Natürlich so. Ich glaube, da mache ich so eine kleine Serie dort. Er bewegt sich, aber er macht nichts großartig. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat einer geschrieben, dass hier überhaupt nichts passiert. Dass auch das nicht losgeht und dass man sowieso immer nur in der ersten... Es gibt wohl drei Karten hier, aber man kann nur die erste spielen. Alter, Rennen ist jetzt sehr maßen langsam. Ich kann auch nichts öffnen. Ich drücke hier, falls man es nicht merkt, die ganze Zeit die Enter-Taste, aber keine Eingabe funktioniert. So. Die Küsten kannst du auch nicht aufmachen. Okay. Äh. Die Frustration steigt. Die nervt mich. Was soll ich jetzt machen hier? Ich habe hier alles genommen. Ich habe einen Rucksack, der irgendwie ausgegraut ist. Okay. Ah. Man kann die Küste verschieben. Juhu. Aber ich glaube nicht, dass das hier so ein Plattformer ist, wo ich irgendwo Küsten hinschieben muss. Ey, du kannst nichts machen hier. Ich habe meine Waffen. Ich kann die Figuren auch nicht mehr anklicken, sodass sie irgendwas sagen oder so. Guck mal, ihr habt doch einfach noch getroffen hier. Schon wieder. Ver-f-f-f-f-f-f-f-f-f. Ja, dieses Schießstand, der hat glaube ich gar keinen Nutzen hier. Sodass er jetzt irgendwas starten würde. So, guck mal. Alles geht ab. Erzähl mir doch nichts. Oh. Es ist explodiert. So in der Art. Ohne Flachs. Mich wundert hier nicht, dass das Spiel ... Wieso ist das überhaupt noch auf Steam, wenn das eigentlich nicht funktionieren kann? Wenn es so kaputt ist, ne. So, ich werde wütend. Ich werde wütend. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich ihre Waffe aufgenommen. Man kann die umnieten? Und ich habe ihre Waffe aufgenommen. Es gibt keine Strafe, kein gar nichts. Und kein Blut vor allen Dingen. Was ja nicht so wild ist, aber pass mal auf, dann kann ich den Typen wahrscheinlich auch umnieten. Und dann habe ich wahrscheinlich die Runde geschafft hier. Aber immerhin, äh, man kann das Fenster zerschießen und er splittert. Sehr schön. Rufrechtlich. Aber das kann man nicht, was mit Bitmap. Alter, Lava nicht. Das ist doch ein Schrott hier. Wirklich so ein Dreck. Das ist wie eine Tech-Demo für eine sehr veraltete Technologie. Okay, dann den Typen noch weg hier. Maze to the face. Der hält ein bisschen mehr aus. Ne, den kann man doch. Doch, den kann man doch. Da kann ja wahrscheinlich auch seine Waffe auf. Yo. Wo ist er denn da? Und, und jetzt? Gott, ist das deprimiert. Du kriegst doch Depression. Da kann man ja, da ist ja auch kein Spiel. Du kannst ja nichts spielen hier. Du kannst keine Kisten zerschießen. Du kannst gar nichts. Du kannst nicht springen. Daher, wenn man nicht springen kann in einem Shooter, dann weißt du, dass es ein guter Shooter ist. Ich habe keine Munition mehr. Gott, alter. Doch, nachladen. Achso, nachladen. Der lädt nicht von selbst nach. Okay, gut. Der schießt um die Leiche herum. Leck mich am Arsch. Was für ein Dreck hier. Tschüss. Der lädt nicht von selbst nach. 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 Vielen Dank.